Willkommen beim Kanal für Haushaltsspeicherlösungen. Hier ist Aiden, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Wohnzimmer 2, stöckige Bambusbank, Eingangsbereich Schuhregal Premium Qualität, leicht, stark und langlebig. Dieses Organisationsregal besteht aus 100% hochwertigem natürlichem Bambusholz. Es wurde von professionellen Handwerkern entwickelt, ist langlebig und hält äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, heißen oder kalten Temperaturen stand. Versandliste 1x-Schuhregal 1x-Anleitung 1x-Zubehörtasche ohne Schraubendreher und Hammer Multi-Use Neben Schuhen können Sie auch Accessoires, Taschen oder Dokumente verstauen. Es kann auch als Sitzbank verwendet werden, wenn Sie Ihre Schuhe binden müssen oder wenn Sie keine Stühle mehr haben. Dies kann überall in Ihrem Zuhause, in der Küche, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder im Freien platziert werden. Im Laufe der Jahre ist Furniture Trends immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen. Bis zum nächsten Mal.